Willkommen zurück zu Flockers. Ja, das 37. Level heißt Lammfalle. Aber, ich hab ja gesagt, dass ich ja, ups, das 36. Level Wollmühle überspringen werde, weil ich das letzte Mal nicht geschafft habe. Im Offstream hab ich mir nochmal das Video angeschaut, also mein Video. Und hab nochmal kurz so überlegt, wie es funktioniert. Ich hab leider keine Idee gehabt. Und deswegen hab ich auf so ein zweites Mal, zum allerersten Mal, mal nach einer Lösung geguckt. Und wie es zu vermuten war, wie bei jedem Level, auch wenn die schwer aussehen, gibt es einfach eine einfache Lösung. Ich werde heute auch versuchen, die Aufnahme kurz zu machen, ein bisschen nach zeitlichen Gründen. So. Also wie ich, wie ich am Anfang gemacht habe, war das hier. Das ist genau richtig. Ähm, wie konnte man das zerstören? Nein! In dem einen Video hat er nur das obere zerstört. Ich möchte aber einfach jetzt gerade nicht bei mir funktionieren. Egal, vielleicht brauche ich auch... Ja, dann habe ich noch so gesehen. So, der springt drüber. Der springt drüber. So, dann habe ich so gesehen. Danach habe ich gesehen, ungefähr ab hier hat er schon den ersten zum Superscharf gemacht. Nämlich, ich habe gesehen, dass es beides wie zeitlich gemessen wurde. Gemessen vor allen Dingen. Ey, das war mir so klar, dass es bei mir nicht funktioniert. Das war mir schon sowas von klar gewesen. Wieso gehe ich jetzt wieder einen langen Weg? Oh, das war mir schon. Vielleicht hätte ich mir angucken sollen, wann er ungefähr, also auf welchem Timing er es erst gemacht hat oder die. Ich bin ein bisschen zufrieden, aber ich bin ein bisschen zufrieden, aber ich bin ein bisschen zufrieden. hätte es nicht geschafft ja das ging ging wirklich alles nach rechts deswegen war es hier auch kein problem das heißt soweit ich dann das eingesammelt habe lasse ich dann hier einen sofort explodieren so dass schon mal die oberen also erstmal die hier außer die zwei schon mal reingehen können dann werde ich natürlich stehen unteren hier noch zum explodieren bringen und der sollte ah ich verstehe timing ja 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 Wo schaffen die es? Okay, ich hab... Das war zu früh. Schade. Aber ungefähr so ist es zu lösen. Nur die haben... Also nur mit den anderen zwei hat es nicht geklappt. Leider, aber... So ist es halt. Schade, trotzdem die drei Sterne? Hm. Okay, Lammfallung. 28, toll. Jetzt kommt wieder eine Sache mit Timen und so alles. Wo ist überhaupt das Ziel? Ach, da. Ja. 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 Ich aktiviere irgendwas Lydernes. Wenn ich da drin bin. Oh oh. Hallo. warum ist der so oben ok der ist schon mal weg hey Er dachte, das kann auch explodieren. Okay, schon und scharf, komm mal jetzt. Trophäe erhalten, Gold wert. Okay, das ist fies. Ernsthaft? Ernsthaft? Zwei Seiten? Habe ich gar nicht mitbekommen, ich habe nur das Blut gesehen. Och nee, Alter. Okay, die haben also Dings ausgeführt. Scheiße. Ich habe die zu spät gesehen. Ich habe mich auch schon gewundert, warum ich da noch ein paar Schafe habe. Also, super Schafe. Hä, aber gehen die denn jetzt nicht hier drauf? Ich habe mich nicht mitbekommen. Ich habe mich nicht mitbekommen. Schafe Explosion ist dafür da. Hä, aber was? Die können ja nicht mal springen. Wo ist denn jetzt wieder die Maus? Ja, Maus vor allem. Zwei sterben wieder. Dass der es überlebt hat, ist überhaupt ein Rätsel. Zwei sterben wieder. Jetzt noch ein Rätsel. ich weiß nicht wie ich die retten soll ich habe keine ahnung die können eigentlich nur drauf gehen ich weiß es nicht das mit dem kann ich nicht mal gewinnen mit den ein einzigen nicht desto trotz wisch krieg ich die lebens hier rüber eigentlich müsste der hier rein damit die super schaffe darüber kommen können theoretisch gesehen müsste stinger hier hin tun ja 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 Let's mitgehen. Es ist zwar nur einer draufgegangen, aber okay. Es war machbar. Das sieht geil aus. Der war gut. Okay. Ja, 20 Minuten ist okay. Ich bedanke mich, dass sie zugesehen hat. Ich bin froh, dass ich es doch noch so schnell hingekommen habe, dieses Level zu lösen. Ja. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei den 38. Level. Auf niedrigstem Nive-Hour. Ah, cool. Grabeliger Kontrahent. Oh oh. Lamm in der Klamm. Oh, wieder eine Videosequenz. Ja stimmt, weil ich dann schon 40 Level abgeschlossen habe, also kommt wieder ein komplett anderer Hintergrund und das gefällt mir gar nicht. Okay, gut. Wie gesagt, ich bedanke mich, dass du zugesehen hast. Dann sehen wir uns das nächste Mal bei Level 38. Ich sag nur noch Tschüss. 책erei Diary nur noch schwierig, aber das infinity wäre gut Elektri von. Wof, und der schatyz .... Joo, 26 Jahre. Wof, erst, woher drei Jahre. Möglichstätten musste in Kurier 5. aza. Natürlich competition ist ja gut für niemals r tive Hummer. Vielen Dank.